na jetzt alles dies bei euch und herzlich willkommen zu einer neuen runde von minecraft rage mode auf dem goma day server natürlich und wir joinen jetzt mal direkt hier rein gut heute mal einfach mal etwas chilligeres anstatt dieses ganze tru diesen ganzen trubel um media kraft ich meine jetzt reich langsam auch mal man kann nicht nur die ganze zeit media kraft rum auf media kraft reintreten ich meine ihre züche ist langsam auch ein bisschen kaputt freiheit ich habe dennoch bekommen nein das satten für eine schild was hatten für eine map 9 ok ich muss jetzt mal hier ein bisschen reinkommen ok 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 also das wird jetzt sagen wirklich etwas spannend ach so das ist das ist eine cisco map ja ich weiß ja ich weiß was heißt das richtig ist nein Nein! Ooooooh! Ui! Nein! Ha ha ha! Nein! Shit! Der hat mich getomahawked! Verdammt! Nein! Dein Ernst! Ich kann nicht wahr sein! Wie viel Pech kann man denn bitteschön haben! So! Endlich! Ha ha! Ich hab den zweimal geäxt, ey! Und dann haben wir mal getomahawked! Ui! 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 Shit! Shit! Oooo! Ui! 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 Uii! Ui! Ich bekomm hier'n heim Herzinfarkt, Junge! Aber Nein Komm schon Nein Ja Nein Ja ok 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 also es ist wirklich nicht ziemlich spannende sache ja gut ich hab's doch irgendwie verloren mädel mädel nein nein junge 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 knapp 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 Drei küsse Drei küsse Nein Oh man Shit So viel Pech So viel So ein scheiß Aiming kann man haben Bitte Ok 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 Nein 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 Na komm Ich bin Zweiter Ich bin Zweiter Ich bin Zweiter Ich bin Zweiter Wir schlafen Öh Wir schlafen uns noch den Ersten Platz Nein Nein oh come on verdammt das hätte so gut gehen können nein 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 die laschen ich habe doch getroffen kommt schon kommt es wird knapp das wird eine ziemlich knappe sache nein nein verdammt ich habe so gut wie verloren so zack okay gg ich gucke jetzt in kurz was so lustig ist da los ach so ja wegen media kraft post ok ok noch eine runde noch eine runde noch eine runde bitteschön die karriere karriere ich verstehe nicht warum alle immer anstand media media kraft media kraft media kraft sagen ich verstehe das nicht media kraft als ob das ein minecraft netzer aber gut gut wir gucken jetzt einfach mal eben kurz noch wie ich so ausgehen wird eine runde noch eine wunde ok geht gleich los so nice ok 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 da muss ich mich jetzt erstmal wieder ein bisschen einfinden ich meine die map dies so ein bisschen unübersichtlich weil die halt so riesengroß und frei ist zack so erster geht erster geht ja neu ich habe ihn ich habe ihn auch getroffen wie neust so wie neust so wie gut muss man hat wo zack so zack wie selective nein 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 verdammt kommt schon gb gd g gg die gd gg ich mir trage doch ich weiß Darf ich nicht hier rüber beigaben? So, zack. Nein. Und wenn ich denn hier spiele schön gelandet. Bitte? Verdammt. Da habe ich jetzt meine Axt sinnlos weggeworfen. Sagen wir es einfach mal so. What? Sein Ernst? So, zack. Haben wir ihn. Nein. Nein. Okay, mit meinem Herz. Mit meinem Herz. Oh Gott. Oh Gott. Na komm. Nein. Nein. Komm schon. Verdammt. Ich bin so weit unten. Wie kann ich bitte schön so weit unten sein? Ich hasse die Map. Ich hasse die Map. Zack. Okay. Hab ihn. Nein. Was so? Okay. komm schon komm schon komm schon nicht mehr lange 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 ich wollte nur noch so wenig punkte ich brauche ungefähr nur noch 100 punkte oder könnte ich gewinne und mein bruder der pfeift ja draußen 9 9 ich habe ihn ich habe ihn nicht habe ich habe meine punkte wiederholt und ich habe sogar noch mehr abgleichen können verdammt schon wieder gemessert mann ich hasse es wenn ich außerdem immer drauf klicke verdammt okay so schlecht wie ich jetzt gezielt habe war das strafe für mich die haben sich beide sie haben sich beide selbst weggeschränkt läuft bei denen nein auch kommen läuft bei den hart nicht oh gott ich bin so weit unten ist gar nicht gewohnt von mir dass ich so weit unten bin komm schon komm schon komm schon oh mann verdammt dabei habe ich schon so wenig punkte und dann mit der armee ja okay die zweite der zweite der dritte neun neun das war der vierte soll die zeit da kommen langsam muss ich etwas ausrasten ich habe nämlich nur noch gleich sechs sekunden und da habe ich noch vieles passiert ich habe dennoch bekommen baby zu spät abgelassen zu spät zu spät okay aber ich bin wenigstens zweiter geworden und da habe ich verabschiede ich mich auch schon für diese runde falls es euch gefallen hat könnte gerne daumen hoch da lassen wenn ich da nicht und ja falls euch die und falls ihr nur hier seid und euch meinen kanal gefällt könnt ihr gerne abonnieren damit ihr auch keine videos mehr verpasst ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen tag bis dann hotline und tschau auf 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.